Hallo und herzlich Willkommen zu Let's Play Minecraft Playstation 3 Edition. Endlich ist es soweit. Manche haben es gewünscht, manche auch nicht, ist mir scheißegal. Aber heute probiere ich drei Markenprodukte aus, die ich essen werde. Hier sind wir doch mal LP. LP. Überleben, normal natürlich. Mit Bonus-Tour. Sie brauchen keinen. Los geht's. Ja, als erstes zum Trinken gibt es hier von An American Company Arizona den Granatapfel-Tee. Ich sag euch, wenn ihr euch den nicht kauft, wenn ihr denkt, der schmeckt scheiße, seht ihr wirklich wahr. Weil dieser Saft hat es in sich. Es sind Markenprodukte, wo wird abgehakt. Wo werden wir echt landen? Die wollen nicht wissen, was Minecraft ist. Ganz einfach. Das ist wie Lego. Einfach nur für Erwachsene. Oder digital. Das ist wie Lego einfach nur digital. Oh, gar nicht mal so eine schlechte Welt. Das ist eine gute Tour. Das ist eine gute Tour. Wir suchen uns erstmal eine Stelle, wo wir ein Haus bauen können. Das ist ein Dorf. Ich würde sagen, wir ziehen in das Dorf an. Da müssen wir kein Haus bauen. Das ist auch sofort eine Schmiede. Das ist gut. Vielleicht finden wir auch einen Unterwassertempel. Wer weiß. Ein bisschen wie der rückten Ozean. Wir werden auch wahrscheinlich so schnell wie es nur geht suchen. Hier haben wir auch so weit. Das ist unser Haus. Wir machen auch so weit, was wir zu rufen können. Das ist eine gute Tour. Hier tue ich einfach mal das Eisenschwert. Das fangt doch schon mal gut an. So, als erstes die Karte. Schwert. Axt. Spitzackel. Erstmal das. Jetzt auch noch ein Crafting Table. Nein. Aber jetzt schon. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Holz. Jetzt gehen wir hier hin. So, da haben wir auch alles zusammen. So, da haben wir auch alles zusammen. Dann kommt Essen. Ganz wichtig. Hier kommen Fackeln hin. Dann als letztes kommen da so Blöcke hin. Sticks auch mal dabei haben. Einen Sattel. Das ist gut, wenn wir ein Pferd finden. Dann nehmen wir gerade mal die Obsidian raus. Und bauen uns hier mitten in das Dorf ein Portal. Ich darf mich jetzt ja nicht verbauen. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Und ich finde die Qualität ist auch besser als von den anderen Videos. So. Schreibt in die Kommentare, ob ich das weitermachen soll. Ich werde aber jetzt paar Folgen am Stück aufnehmen. Wenn ihr das wisst. Ich finde, ob ich Schafe finde. Ich suche nach Schafen. Oder nach einem Tempel, weil da jetzt auch Wolle. Ich glaube, diese Wüste besitzt keinen Tempel. Nein. Also. Gehen wir zurück. Und suchen so Schafe. Das ist ein Pferd. Aber ich will nicht so ein Pferd. Das sieht für mich ein bisschen hässlich aus. Ich will kein schwarzes Pferd. Jetzt schreib mal in die Kommentare. Marvin, du bist ein Tierquäler. Weißt du, was mich das interessiert? Das interessiert mich gar nicht. Nichts. Auf keinen Fackeln sollte man besser nicht in Höhlen gehen. Hey Burrows, wisst ihr, wo es Schafe gibt? Ja, in Zeit. Danke. Da oben ist ein Schaf. Da oben ist ein Schaf. Was jetzt tut es? Suchen wir mal mehr Schafe. Wir sammeln noch ein bisschen Stein. Wir sammeln noch ein bisschen Stein. Wir sammeln noch ein bisschen Stein. Bestellen Werkzeuge. Sollt ihr erst mal reichen für den Anfang? Wir sammeln noch ein bisschen Stein. Wir haben noch 15 Minuten. Das ist kundum. Ich suche doch einfach nur ein Schaf. Kann dieser Wack mir keine Schafe geben? Ich will nicht, dass ich scharfe finde, habe ich das Gefühl, dass Kohle und wie viel Kohle. Ich habe Minecraft gespielt, die denken, ich habe kein Minecraft gespielt. Kommen wir zum zweiten Markenteil, das ich in diesem Video vorstellen wollte. Nämlich Schokolade von Lin, von Hello. Ist süß, aber ich muss sagen, sie schmeckt gut. War hier nicht gerade ein Schaf? Minecraft? Willst du mich jetzt verarschen, Minecraft? Hallo Minecraft? Ich weiß aber ein Schaf. Du kannst dich verbergen. Minecraft? Minecraft ruckelt und ruckelt einmal wieder. Ich glaube, wir haben ein Dungeon gefunden. Hier kann ein Dungeon sein. Du musst nicht, Aro kann. Ich glaube ja nicht, Aro kann ja mal nachgucken. Ich weiß nicht, falls ihr wissen wollt, wieso ich denke, dass hier ein Dungeon wirkt. Dann geht auf ungespritzt Kanal und auf Reset 1. Da hat er diesen Tipp gegeben. Ich glaube, hier ist kein Dungeon. Ne, hier ist kein Dungeon. Fehler da. Vor dem Video vorbei ist, nehmen wir auch gerade noch das dritte und letzte Produkt. was ihr habt, was ihr habt? Trials, Handcooking English Chips, Sea Salt und Cinder Winger. Also, ich sehe, ich sehe, das. Das schmeckt mir lecker. Ja. Ich muss hier überfrieren. Hab ich Handcooking jetzt. Oh, nur sind da ganz viele Schafe. Jetzt sind alle... Der Schafkiller. Ich bin eine Runde Paluten. Ein Runde Paluten. Ja, hallo. Ich bin eine Palute. Ich weiß, wie Minecraft funktioniert. Zeig mal den Kanal, falls du spät ist. Ihr kommt auch hier. Okay, das ist nicht so. Ich würde sagen, das war der erste Part Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach hoch. Wenn nicht, dann halt nicht. Aber es ist eine Unentscheidung. Und ich würde sagen, wie viel Schafe sind hier. Wir sehen uns im nächsten Tag. Schaltet wieder ein. Schaf.